Tatjana Um, die uns nun aus Tel Aviv zugeschaltet ist. Denn Tatjana, jede Nacht eigentlich gibt es jetzt die Spekulationen, jetzt kommt der Angriff. Dieses Mal hat der Iran für ein paar Stunden seinen Luftraum gesperrt. Ist das jetzt die Art Zermürbungsstrategie und Taktik der Iraner? Naja, das ist ja etwas und damit guten Morgen nach Berlin, was der Hezbollah-Chef Nasrallah vor zwei Tagen selber schon gesagt hat. Nämlich, dass dieses Warten auf den möglichen Schlag ein Teil der Bestrafung schon sein soll. Nennen wir es einfach mal psychologische Kriegsführung. Nur zumindest hier in Tel Aviv lassen sich die Menschen davon nicht wirklich beeindrucken. Das Live-Bild, was ihr gerade gezeigt habt, bestätigt so ein bisschen auch das, was wir hier sehen. Nur wenige Meter von uns entfernt sind die Strände. Die sind auch jetzt am Morgen wie jeden Morgen hier voll im Moment. Vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die im Moment frei haben und hier Segelunterricht nehmen, Surfunterricht nehmen. Alles scheint doch sehr, sehr normal zu sein. Aber natürlich ist es auch wahr, dass das Land parallel zu dieser Normalität, die es nach außen trägt, sich darauf vorbereitet, dass der Schlag kommen könnte. Aber es bleibt die große Frage nunmehr seit vielen Tagen ja eigentlich schon. Kommt er, wenn ja, in welcher Form kommt er? Und da gibt es jetzt eine interessante Meldung, die kommt nicht direkt aus dem Iran, ich sage mal indirekt aus dem Iran. Es gibt einen in London ansässigen Nachrichtensender von Exil-Iranern, der persischsprachig ist, Iran International. Und die berichten mit Verweis auf eigene Quellen, die sie haben wollen, sehr, sehr eng dran, offenbar am frisch gewählten Präsidenten, dass Perseshkian selber offenbar versucht hat, in den vergangenen Tagen bei einem Treffen mit Ayatollah Khamenei darüber zu sprechen, ob ein solcher Schlag sozusagen, diese Rache, diese Vergeltung überhaupt sinnvoll wäre. Er hat versucht, dem Ayatollah klarzumachen, dass das Ganze sozusagen backfeiern könnte, weil die Israelis natürlich dann auch wieder zurückschlagen würden. Der frisch gewählte iranische Präsident sieht offenbar seine gerade erst begonnene Präsidentschaft in Gefahr und auch mindestens mal überschattet. Er hat davor gewarnt, dass ein Rückschlag oder ein Gegenschlag der Israelis massive Folgen für das iranische Volk, für die Infrastruktur, für die Wirtschaft haben könnte. Und die Reaktion Khameneis sei nicht ganz klar gewesen. Der hätte sich irgendwie nicht groß dazu geäußert. Aber das zeigt relativ deutlich, wenn das denn so stimmen sollte, dass auch innerhalb der iranischen Führung man sich nicht einig darüber ist, ob man zuschlagen sollte und wenn ja, in welcher Intensität. Tatjana, Dankeschön nach Tel Aviv. Vielen Dank.